Sich selbst einfach beim Küssen so zuzugucken und es dann nicht einfach zu tun. Hi, hier sind ... Mona. Keanu. Und wir spielen Lino und ... Lorena. Und wir reagieren heute auf zehn Arten von Küssen, was bei Keanu auf seinem YouTube-Kanal online ist. Auf jeden Fall, genau, fangen wir einfach mal an mit der Reaction, würde ich sagen. Ich hoffe euch, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Und, ähm ... Was denn? Nix. Oh mein Gott, jetzt habe ich es gemerkt. Schminke, das ist wirklich so eine Sache. Da müsst ihr echt aufpassen, wenn ihr irgendwie eine beste Freundin habt oder sowas. Das kann wirklich sehr schnell mal passieren, dass ihr sich an eure T-Shirts anlehnt. Der Wir-sind-nur-Freunde-Kuss. Schöner Film, ne? Mhm. Aber wir sind ja nur Freunde, ne? Ja, ja, wir sind nur Freunde. Das hast du doch sowieso auf deinem ... Irgendwie finde ich es unangenehm, das anzugucken. Ich finde es auch ein bisschen unangenehm, das anzugucken, weil es einfach ... Schauspielerische Leistung ist natürlich auf Kreis-Klassenfahrt-Niveau, ne? Ist man ja nicht anders von uns gewohnt. Wir haben TikTok schon gepostet. Wir sind nur beste Freunde. Ja, das ist auf jeden Fall unser Kuss. Der gehört uns, der Kuss. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Geh mal deine Zähne putzen. Der erste Kuss. Weißt du, es war ein echt besonderes, wunderschönes Date. Der lachende Kuss. Okay, ist halt auch ein mies cringees Video eigentlich. Ja, das finde ich jetzt gerade am unangenehm. Sich selbst einfach beim Küssen so zuzugucken und es dann nicht einfach zu tun. Nee? Okay. F in den Chat für den gefallenen Bruder hier an der Stelle. Wir küssen uns in den Szenen hier auch immer. Dann können wir uns doch jetzt auch küssen, oder nicht? Alles klar, wir machen weiter. So ein gutes Seat-Clot, oder? Und das auch hier in der... Da bist du Auto gefahren, ne? Mit Paula hoch, ne? Ja. Die hat vor kurzem was kommentiert bei mir. Was ziemlich gemeines. Aber ist nicht schlimm. Der Versöhnungskuss. Mann, Schatz, warte doch. Was ist denn? Du musst dich beruhigen, es ist doch nichts Schlimmes. Nein, du hast das letzte Stück Pizza gegessen. Ja, aber wir haben doch noch 30 verschiedene Kartonspizza. Egal! Das ist so scheiße. Der Corona-Kuss. Und das, da war mir das unangenehmste sogar. Der Corona-Kuss? Nein, das davor. Das zu machen, wie so eine Gestörte. Bist du ja auch eine Gestörte. Das war deine Idee. Deine Idee? Was braucht sie denn schon wieder so lange? Wo warst du denn? Komm her. Der Spider-Man-Kuss. Stimmt. Wir nennen es jetzt einfach mal Spider-Man-Kuss. Leute, weil wir anders gerne in Öse gefunden haben. Der Krass-Klassenfahrt-Kuss. Mann, Lorena, ich will nicht, dass du gehst. Nein, ich will auch nicht gehen. Ich hatte gerade mein erstes Mal mit dir. Ah, na? Krass-Klassenfahrt-Kuss. Der ist für euch, Leute. Der ist für euch. Für unsere Klasse geht den Bach runter. Es gibt keine nächste Staffel mehr mit uns. Wir existieren im Prinzip nicht mehr. Ich weiß, was schade. Was soll als nächstes kommen? Die 12D? Die 12S Pro Max. Mit Lino. Und Lorena. Und vielen weiteren. Vielen weiteren irrelevanten Menschen. Lass uns noch ein letztes Mal küssen, bevor du gehst. Der Kuss gefällt jedem. Der Beißerkuss. Au! Das tut weh. Der Zungenkuss. Willst du auch ein Getränk? Nein. Ich will dich. Oh, 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 oh. Der andere Cringe ist wie dir. Das war's mit dir. Das ist auch komisch. Das ist witzig. Es ist so cringe, dass es wieder witzig ist für mich. Es ist ja alles... Nicht ernst. Es ist ja null ernst gemeint. Sogar diese Arten von Küssen haben wir noch mal probiert, irgendwie zu parodieren, weil es... Ja. Weil es einfach unangenehm ist. Aber wir haben es natürlich nicht unangenehm hinbekommen. Aber... Im Endeffekt scheiß drauf. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao. Tschüss.